Spielt halt Siedler Online gibt es ja auch das hatte ich ja schon mal erwähnt aber das lohnt sich halt in sich spielen denn es ist ja nur auf kleines Aufbau Spiel wo halt nicht viel passiert deswegen das auch wie das auch nicht in Frage kommen dann habe ich ja noch ich hatte mal kurz schauen kann was bei ihm jetzt wird wohl Pause sein doch nicht in klar war wie noch das Lungenabband mache ich 9 aber kann ich hier wieder nicht zählen ja 9 in klar habe ich noch das ist ein Beziehungspiel etwas wieder älteres Grafik ziemlich mies in dem Sinne weil das ist noch älter als der Force habe ich mir damals so mal kleines Geld mal erworben denn es musste leider ein Geschäft schließen darum habe ich mir es erworben ist recht interessant leichter Aufbau ein bisschen darum kämpfen ein bisschen befreien im Prinzip langweilige Spiel muss ich sagen also so der Kracher ist es jetzt nicht es macht Spaß da mal wieder älteres Spiel zu spielen die Bewegung Grafik etc. sind halt ein bisschen mau dazu aber sonst alles okay finde ich es gab ja noch damals nicht so halt die größten Fortschritte in dem Sinne so ich brauche ach so ich habe ja Eisen hier so dann habe ich mir einfach das mal eben geholt es ist halt ein Spiel mehr nicht bin immer noch am rumschauen welches als nächstes vielleicht ist es immer so man weiß es halt nicht was man halt spielen soll dann muss ich halt mal gucken was ich dann als nächstes vorhabe so die sollten erst mal reichen so die sollten erst mal reichen brennfau ist jetzt habe ich hier so ein dummes Schwein rumlaufen was soll das denn ich wollte nicht monsthaft monsthaft frei sein im Sinne das stille ab Fermenta abpumpen sehr schön weiterlaufen muss es eigentlich direkt durchpumpen biofuel tank ist sehr abgepumpt ist dauert es nicht weil ich kann mir immer mal hier drauf konzentrieren so der ist abgepumpt jetzt kurz danach müsste gleich der biofuel tank auch wieder leer werden den rest schluck den kann ich nach den lasse ich da drinnen dann sieht man eigentlich was da drin ist so eben wieder umschalten dann kannst du mal weiter arbeiten wie viel kompost habe ich denn noch ich weiß gar nicht wie man das nochmal hat glaube irgendwie mit mit getreide stelle ich das her so die entlagen laufen hier immer noch super ja wie sieht es da aus der ist auch wieder mittlerweile voll da wohnt muss ich mal eben vorbeischauen so ich weiß gar nicht was auf diesen ja ja das ist ja er bekommt energie auf jeden fall wie man sie bekommt er ein bisschen energie ja ich hoffe mal auch genug wenn ich ein bisschen auf den kupfer ist ziemlich viel muss ich dazu sagen ich pech habe muss es natürlich auffüllen da ist halt meine größte sorge dass ich jetzt nicht dahinter her komme ich kann natürlich auch die anlage nicht abschalten aber wenn wir mal schauen wie es weiter läuft so hab ich das nie macht hier kommt wasser ach hier kommen wir die nächsten zwei hier kommt wieder wasser zwischen genau bis hier vorne hin so warum du störst auch sollte ich mal hier gnadenlos paar bäume absenzen also ich wundere mich gerade schon ich sehe kein baumstamm in der nähe so du kommst gleich mit weg und du auch dann hängt hier nämlich alle zusammen der hängt mit dem zusammen ist aber auch nicht tragisch wenn ich mal hier eben ein bisschen blatt wenn ich hier weg haue weil das sie nicht mehr connecten und ich hier einfach nur das bisschen weg bekomme so sollte es eigentlich okay sein dann können die nämlich wegfallen und hier kann es nämlich zu werden so jetzt habe ich drei rein glaube ich eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn das passt gewachsen dass ich ein bisschen unterfalle sind unter ist aber ist keine so wo sie denn hier hier muss ich zu machen dann da noch zu so passt es so jetzt brauche ich natürlich wasser da muss ich noch einmal draufschlagen verdammt so auch gleich sofort direkt wieder zu machen so 1 falsche position da und da da ich passen 30 stücke mit genau und ich muss mich mal kurz umsetzen wenn ihr das immer im stuhl hört ach so passt es auch wieder sonst schläft natürlich mein fuß an und das ist halt das problem das will ich ja nicht so weiter geht's so da und ich kann glaube ich hier irgendwie alle zwei oder so erst setzen so und dass sie mit zwei einmal mit habe ist dass ich hier anfangs die quelle setzen kann und dann noch ein weiter gehe so und immer hier weiter einfach nur rüber immer so kommt hier noch wieder weiter rein falsch dahin ob du blatt so natürlich muss ich hier auch was entwickeln dass ich halt nicht mit stickies pisten arbeiten muss ich kann mir die auch kräften habe ich mal gesehen mit pollen aber ich weiß nicht wie ich die raus bekomme ich glaube eine kreuzung zwischen mehreren Bienen dass sie andere Hanik äh andere Koms rausschmeißen das sollte erstmal so funktionen so jetzt brauche ich noch ein bisschen Fackelwerk kein Feuerwerk sondern nur Fackelwerk dass ich hier 30 Millionen mehr bekomme also die Eimer brauche ich nicht ach die kommen nicht her und die kommen da oben rein ach ich hatte zwei Eimer auch nicht schlimm das macht nichts Marble ist das okay was habe ich denn hier noch was ich eigentlich gebrauchen kann nennen 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 alles okay äh Fackeln war war ich brauche Kohle habe ich hier aber nochmal gleich ein Set mit denn draußen sind nämlich tausende Sticks auf jeden Fall tausende in dem Sinne nicht aber schon Sticks 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 und Sticks wenn sich fast gleich an so Hörscher Shane Shane ist das so jetzt muss ich einmal kurz Husten habe ich auch so ein Frosch im Hals der Frosch so die Seite ist es die Seite ein bisschen zu mehr gemacht ich muss glaube ich noch ein paar dazu machen und die auch immer dieses nervige achso ich hatte es ja extra offen damit die Melonik auf die andere Seite ist ja okay alles gleich verstehe beziehungsweise ich könnte auch gleich dann irgendwas anderes zwischen machen so macht euch erstmal hier gefeuchten in dem Sinne da 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 so ist ja auch ein bisschen Licht weil ich wollte irgendwie eine Anlage erfinden dass ich nur mit normalen Pistens in der Melonen Farm betreiben kann aber ich weiß immer nicht wie es funktioniert am besten ich habe schon sie müssen halt funktionieren und das ist mal die Sache das ist nicht tun so agieren hier mein Stuhl haut nämlich ab den habe ich nämlich letztens kaputt gemacht den am Stuhl gut der ist auch schon vier Jahre alt also einfach zack die Leder weggebrochen ich sterbe lebt man sich einfach mal so an guckt sich ein Video an und dann zack knackt die Lehne weg da habe ich gedacht Prost Mahlzeit hatte ich Glück gehabt weil ich hätte nämlich den einen hatte ich noch auf dem Tischbad abgelehnt dachte ich aber huu aber alles gut verlaufen dann machen wir mal hier so weil weiter gehen brauche ich eigentlich unbedingt nicht nein das reicht vollkommen schließe ich das irgendwie nur ab bisschen Erde noch hier hin trotzdem haben wir die Version erwischt wo ich einfach nur durchbauen kann und das Gras automatisch verschwindet das ist ja natürlich bei anderen Version noch nicht gewesen sind ein bisschen nervig aber ich wollte gerade sagen regnet es nein gut 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 es regnet nicht so ein paar kleine Lecker weg machen hier ich habe mich eigentlich damals ein bisschen hier falsch hin positioniert aber ich hatte diese Position extra ausgewählt denn hier sind auch vulkaner in der Nähe welche natürlich den bis der seit Basalt Basalt heißt es mir zur Verfügung stellen zwei Stück Vulkane und Lava natürlich auch noch welche ich brauche auch für die ganzen Engines halt nicht in Riesenmassen sondern nur halt in geringen fügenden Mengen aber denn dann brauche ich sie weil mit Lava kann man natürlich auch dann mein nächstes Projekt betreiben man muss es mit Lava betreiben sonst bekomme ich nichts ich hatte es auch schon erwähnt was es mal wird aber man kann es natürlich auch vergessen so da muss ich mich ein bisschen beeilen dass ich schnell die Melonie pflanze und dann da drüben wieder den Rest Ding reinschmeiße so so direkt so machen zick Melonen wie man sieht kommt Cobblestone in Massen Massen sage ich euch aber ich bin froh dass ich jetzt die andere dahinter geklemmt habe sonst hätte ich mal da auch noch vorbeischauen müssen und die verbraucht ja in dem Sinne ja nix bisschen Holz bestand eigentlich auch nur aus Holz und paar Cobblestone Pipes aber die habe ich ja schon gehabt so gucken dass ich hier ein paar Cobblestones auch wieder abpumpe oder ich habe ich habe unten genau glaube ich noch auf jeden Fall eine halbe Kiste habe ich sollte eigentlich eben auskommen eine halbe Kiste erstmal so jetzt kommen wir schnell die zehn Stück hier dran ja da passt es na die Bäume sind auch weg ja das ist nämlich sieht ein bisschen besser aus als wenn ich hier so einen Baum dazwischen habe und es wächst eigentlich nichts so die restlichen auch noch hier so jetzt muss ich hier irgendwie das hier auch noch hinbekommen ich muss am besten hier mit so einem Stein einfach davor sitzen so so geht es glaube ich am besten so nur man kann es auch mit diesen Seerosen machen aber da müsste ich ja halt Tonnen von Seerosen sammeln und so kann ich einfach hier oh oh verdammt das sollte jetzt nicht sein ah jetzt habe ich hier plätschernes Wasser ach man oh ich hole doch kein plätschernes Wasser jetzt muss ich unbedingt schnell den Eimer holen und dann wieder zur Fermenteranlage laufen dass ich da weitermachen kann und es ist nur ein Laufen ein Laufen von A nach B ich glaube keine Automatisierung eingetroffen ist das Upgrade ist noch nicht abgeschlossen in dem Sinne so da ist der Frosch auch hoffentlich raus dass er nicht mehr hier rum quakt Zeit bleibt mir auch nicht mehr viel bisschen Zeit haben wir ja noch aber nicht mehr das meiste dass ich sie dann später weiter aufnehmen und dass man hier erstmal beenden werde das muss auf jeden Fall beendet werden sonst kann ich den das ist ja bei mir ein kleiner Server halt nur für mich weil der läuft nämlich auch trotz aus sein weiter das habe ich damals auch bei Techit gab das war eigentlich ein riesen Problem beziehungsweise ein großer Vorteil auch ein kleiner Nachteil ich hatte nachher zigtausend Diamantblöcke man kann ja Diamantblöcke auch in und EMC Wert war das ja mal umwandeln das habe ich dann halt immer gemacht den Server weiterlaufen lassen das ist einfach wenn ich jetzt zum Beispiel ein Together habe und jemand auch die gleichen Mods drin hat und direkt kann er drauf joinen das ist einfacher alles sofort auf Multiplayer zu spielen als wenn ich alles umstellen muss ich glaube es ist auch gar nicht mehr so schwer das umzustellen dass ich halt nur die Welt einzufügen muss aber es halt halt einen kleinen Vorteil so wenn ich das so mache so die kommt hier rein ach so kommt schon wieder zwei Sticks da so zack ja der ist der Chunk da geladen ich weiß gar nicht wann der lädt hier immer meine Güte da ist eine Schlucht also da ist nichts drin und da ist der Vulkan den ich abreißen werde da hinten sind irgendwelche Höhlen da ist noch eine Schlucht wie man sieht bis er da geladen hat habe ich halt durchgeguckt schon interessant was für eine geile Technik und Mods hier sind interessant oh ich könnte noch eine Golden Pipe hinbauen aber ach reicht so vollkommen oh Kohle kommt raus Kohle 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 ich weiß auch nicht was ich mit Kohle noch habe ich da ich brauche eigentlich nur für Fackeln für Fackeln und für Silikon wenn ich weiter arbeiten möchte ach so wir sind hier mal fertig so ach ich glaube ich schaffe es auch dass ich mal hier unten auf den letzten Tank komme könnte ich auch mal passieren Lad du Chang 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 das dauert glaube ich noch bei dir so jetzt wechselt der glaube ich einfach noch ja machen wir erstmal die Pipes voll dauert ja nicht mehr lange er schwappt die noch ein bisschen aber jetzt hat er gleich den rückstaub mit dem Zulauf hier zu gemacht und dann ist das ok ist das ok ist das ok dass ich schon mal die 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 die